Ja moin moin und herzlich willkommen meine lieben Freunde der gepflegten Tagesunterhaltung. So wir sind in der letzten Folge stehen geblieben, dass wir eigentlich den Undüsterholz wollten, weil wir da noch ein bisschen sammeln wollten. Wir haben aber gesagt, wir machen es erstmal nicht, weil keine Zeit mehr. Ich habe mir leckert, ich habe dann glaube ich eine kurze Folge geblieben. Ah, Monetius, alles klar. Wir haben aber noch. 2, 3, 10. Besschen unter der Welle, was haben wir hier noch? Achso, das muss man ja glaube ich noch alles fangen. Ich will wohl nicht gerade, haben wir irgendwas? Verpennt oder vergessen. Eigentlich nicht, das heißt wir können. Können sie theoretisch direkt starten. Hier können wir uns übrigens auch immer direkt Anhänger kaufen. Für 57, oh ne. Ui, das ist. Ne, für 23, 57 haben wir. 25, so rum, blöd. Da müssen wir rein. Moin. Nehme. Nehme auch. Ja, wie ihr seht, wir haben nur 8 Holz. Das heißt, wir müssen wieder alles mitnehmen, was hier holztechnisch mitzunehmen geht. Gras brauchen wir jetzt. Gras brauchen wir vielleicht nicht nehmen. Gras. 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 Zwei Rüstungen, zwei Abzeln, die nehmen wir doch gerne. Gut Junge, ohne Herz zu verlieren, wir mastern uns, wir mastern uns, das ist sehr gut, so wir nehmen, aber eine Tarotkarte mit, so wenigstens habe ich vorher natürlich auch alles, weil Fleisch muss man auch mitnehmen, so Kugel, was hast du für uns, es ist möglich, dass Gegner einen Fisch hinterlassen, erhalte die doppelte Lebensenergie beim Heil, ich bin ganz ehrlich, Neptuns Fluch, ich nehme den jetzt einfach mal mit, das ist ein Fischfeindler, was? Die Tarotkarte ist irgendwie komplett useless. Ah, nein, da hab ich irgendwie, hat's gepennt. Ey, der eine hat wirklich einen Fisch fallen lassen, hab ich gesehen. Wollen wir jetzt kurz mal reingucken, also ist ja nicht schlimm, wenn hier vielleicht irgendwas davon dabei ist, dann, und deshalb hab ich's eigentlich sogar auch mitgenommen, in der Hoffnung, dass was von dieser Quest mit dabei ist. Also, jetzt? Da, 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 da. so ein bisschen Concentration aber das sieht eigentlich alles sehr gut aus gut Junge und weggeschnitten wir haben glaube ich nur ein halbes Saft so die erste Quest ist eigentlich auch fast fertig Tarotkärtchen was haben wir ein Waffenstand erhöht sich um 1,2 das heißt wir sind jetzt noch ein Stück stärker ich überlege gerade ich gehe links lang ich gehe da lang weil ich brauche noch ein paar Anhänger also ich könnte auch Steine mitnehmen aber ich denke mal steintechnisch sind wir bei 86 das sieht ok hier wissen wir schon was wir wählen wir nehmen das kranke Herz full energy ist immer noch das hat noch nicht gebraucht fight tight deal freaks Das war's für heute. 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 Warum? Ich muss wahrscheinlich bald mehr Gräber bauen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich muss auf jeden Fall mehr davon bauen. Das war's für heute. 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 Das heißt, ich könnte noch ein Anhänger ... muss da auch immer ein bisschen gucken dass ich genug betten im kohle habe und auch genug essen gleich mache und nämlich auch alle knast da lassen die eigentlich sahen 27 so fix köcheln ich glaube ich mache 2 Eins müsste eigentlich für mich übrig bleiben. Der kackt da sofort hin, du hast direkt Schläge verdient. Das ist cool, dass das immer mal irgendwo aufkloppt. So wir müssen hier ganz fix noch Zeugs bauen, damit die hier nämlich auch richtige Wohnungen haben. Ah, da ist er mal zurück. Nur 36 Holz aus, das ist aber nicht gut. Warte mal, was ist mit dir los? Ah ja, okay. Ach, den seine Mission, ne? Genau, genau, genau. Erstmal ne fette Predigt. So, wir haben noch ne Doktrin. Jetzt haben wir hier schon überall 2 von 4. Das heißt, wir machen da oben einfach Weirot. Zen Pfau. Eigenschaft respektieren? Respektiere deine ältesten Anach Baldwin? Alle Kultenglieder erhalten die Eigenschaft. Respektiere deine ältesten Anachnie erhalten. 5-5 Glaubens für jeden Alten Anachnie�edra Blade. die guten sterben jung alle guten glieder halten die eigenschaft die guten sterben jung da jetzt 10 glauben wenn du einen ältesten opferst ermordest oder verzerrst aber verlierst aber runter hätten sie das nicht irgendwo anders oder gar weglassen können ach so das ist einfach nur jetzt wird es negativ egal aber du verlierst 20 glauben wenn ein älterster einen natürlichen todes stirbt da würde ich das machen weil ich habe keine zeit und das letzte mal als wir jemanden beerdigen wollten ist das spiel einfach mal das game einfach mal auf nein manchmal habe ich halt auch einfach keine zeit oder verpenn es das ist sinnvoller wir nehmen wirklich etwas wo ich sagen kann das sind zehn münster das heißt wir haben jetzt 101 das ist immer zwei drin ich überlege ob ich noch mehr von dem kunst baue ich weiß noch gar nicht habe ich genug anhänger habe die wieder arbeiten könnten wir brauchen auf jeden fall holz ich habe gerade mal 46 das ist übrigens auch für meine anhänger ach da steht da schon direkt drin ich habe mich gerade schon gewundert was sie da machen ich überlege wollen wir mal hier jemanden das werden wir vielleicht mal für die nächste folge machen da werden wir nämlich mal wieder hackett besuchen gehen ach hier steht sogar da was die machen fliegt weg und kehrt mit roten herzen zu der hier jetzt da würde ich eher sagen ich gucke wer von dem das ist eigentlich auch nichts aber ja würde mich jetzt interessieren ja wie oft fliegt er weg und bringt rote herzen also es gibt welche hier zum beispiel fliegt weg und kehrt mit roten herzen zurück finde ich mega nice also finde ich so richtig nice gerade weil ich ja immer probleme habe was so mein health oder allgemein mein leben betrifft das werden wir nächste folge machen werden direkt in diesem menü bleiben wir werden auch sofort hier weitermachen und dann auch direkt durch starten aber ich sage jetzt trotzdem erstmal recht herzlichen dank fürs zusehen und bis zur nächsten folge haut rein tschüss ja ja Bis zum nächsten Mal.